Wie was? Nein! Nein, ich kann jetzt nicht, ich muss streamen! Die 5 Millionen Euro? Ja, okay, überweist die einfach. Überweist die. Ja, ich lass den verschwinden. Fabi... Fabi was? Wie der mit dem Thumbnail? Ich weiß... Oh! Hi, liebe Freunde! Ich hab gar nicht gesehen, dass ihr da seid! Willkommen zu diesem Stream! Oh, das war mir jetzt aber nicht bewusst, dass ihr schon da seid, Mensch. Mann, die 2.0, kannst du die Szene vielleicht wechseln, nachdem du mir Bescheid gesagt hast? Kannst du mir nächstes Mal Bescheid sagen? Hab ich dich wieder dabei erwischt, wie du da vorne in die Ecke pinkelst? Ja, erwischt! Ist ja eklavt. Okay. In dem Sinne, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Mir geht es best tense. Oh mein Gott, ich bin grad so gefühlt. Ich hab hier zwei Kartenspiele liegen. Bei beiden ist aber die gleiche Karte voll gefühlt. War nicht geplant oder sonst was. Habt ihr alle gute Laune mitgebracht? Oder hat irgendwer schlechte Laune mitgebracht in den Stream? Sagt nicht, irgendwer hat schlechte Laune mitgebracht. Denjenigen muss sich leider töten. Was? Mann, warum bin ich denn heute auf so einem Mördertrip? Zum Anfang wieder Memes von Discord. Ja, das können wir ja gerne machen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe jetzt einen Discord-Server, den mir freundlicherweise der liebe Celeborn eingerichtet hat. Ich muss grad gucken, wo ich ihn finde. Da ist er. Der Matti Berge Community Discord. Okay, hier sind neue Memes. Und es gibt eine Meme-Sektion. Und da schauen wir jetzt am Anfang von jedem Stream immer rein. Let's go. Hier ging's los. Wenn Matti gefragt wird, ob er die Somnium-Membership erklären kann. Bruder, muss los. Die Somnium-Eltern, das ist Abzocke. Ich hole meinen Anwalt. Freut euch da auf das Matti-Video morgen. Das war aus dem vorletzten Livestream, wo ich darüber geredet hatte. Ja, das ist definitiv Abzocke, weil ihr spart 100 Euro im Jahr, wenn ihr die Mitgliedschaft abschließt. Ist definitiv Abzocke-Kapper. Freut euch auf das Video übermorgen. Wenn ich gefragt werde, was meine Schlafposition ist. Also mir fehlt da jetzt ein bisschen der Witz, aber okay. Mit Ausversehen mehr als 31 Tage zurückgereist. Ich hab wirklich genau so gegrinst. Darf doch nicht wahr sein. Oh Mann. Nein. 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 Kann doch nicht wahr sein. Safe hat das gerade wieder geklippt. Safe. Es gibt immer dieses eine Kind, das anders ist als die anderen. Nein. Ja. Wann ist das? Jemand zerschneidet Dex, der Squat, der jetzt einer liegt. Zukunftshaie und Matti, wenn sie zurückblicken. Vergangenheitshaie und Matti, wenn sie wüsst, was auf sie zukommt. Treffe sich zwei Zauberer, sagt der eine Hai, der andere wo? Bruder, ich wirklich... Matti und Hai, wie viel kostet die Mama? Mattis Community. Matti, Leute, die mit dem Riffle-Fan angehen. Also ich appreciate hier den reingephotoshoppt Riffle-Fan und den Standard-Joint. Versteht mich nicht falsch, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft. Es ging hier nur um den Insider von gestern, dass es der Standard-Joint ist, wenn du Joint.png eingibst. Ich distanziere mich von Drogen, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft, werde ich auch nie. Ja, das waren dann auch die Memes für heute. Objektiv, oh, hast mich erschrocken. Mensch, Matti, zwei, wirken nur, erschreckt Matti doch nicht. Ja, siehst du mal. Ja, erwischt. Okay, dass es vor allem immer der gleiche Gag ist. Ich glaube, ich muss mal so fünf, sechs, sieben Sachen vorbereiten, einfach damit ich immer was zum Einblenden habe, ne? Kann es sein, dass dein Zimmer ein Greenscreen ist? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ich habe keine Ahnung, was du mir gerade sagen willst. Das verstehe ich jetzt nicht. Das war ja im heutigen Video schon gerissen auf die Frage, wer bei dir wohnt, aber hey, du hast nicht geschnitten. Ich habe nicht geschnitten. Ich habe nicht geschnitten, da war kein Cut. Ich kann Matti 2.0 per Knopfdruck reinrufen, ich zeige es euch. Ich muss nur auf diesen Knopf drücken, das ist der Matti-Kommens-Bild. Ey, du pinkelst nicht wieder in die Ecke gerade, oder? Hast du gerade die gepinkelt? Ja, erwischt. So ein Ekel, dieser Matti 2.0. So ein Ekel. Ich kann ihn per Knopfdruck rufen, ich habe heute nicht geschnitten in diesem Video, es war alles Uncut. Warum kommt Matti 2.0 von rechts aus dem Fenster? Warum nicht? Wo bist du gerade wirklich? Hä, das siehst du doch in meinem Büro. Da hinten sind meine ganzen Karten. Guck, da ist zum Beispiel so ein Kartenspiel hier. Ist doch logisch. Warum fool? Was foolt daran, dass ich einfach in mein Kartenregal greife und mir ein Kartenspiel nehme. Ich verstehe den Fool daran nicht ganz. Leute, die Hand ist keine Person, die Hand ist eine Idee. Die Hand ist ein Konzept. Das kannst du nicht einfach wie den Matti 2.0 oder so auf Knopfdruck rufen oder so? Jetzt der Fool Greenspring runter, wirklich in seinem Büro. Alter, das wäre schon echt lustig. Beton liegt auf Knopfdruck. Oha! Oha! Wo bist du denn gerade? Erster Jokerface, du bist vielleicht ein neuer Zuschauer und weißt das nicht, aber das ist mein Büro tatsächlich. Da hinten sind meine ganzen Karten und meine Uncut-Sheets da oben, meine Star-Wars-Lampe, meine Todesstern-Lampe. Genau, das ist mein Büro. Ich bin schon länger dabei, troll nicht rum, please. Ja, aber wenn du länger dabei bist, weißt du ja, dass ich nicht trolle, dann weißt du ja, dass es mein Büro ist und ich dich nicht verarsche. Da ist sogar mein Playbutton, da steht mein Name drauf. Den kann ich ja nicht einfach faken. Irgendwie so war das. Ja. Bruder, ich sehe dich doch in der Vorschau. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, Matti, ist einfach nur Matti, sie sieht dich in der Vorschau. Diese Prediction einfach, er lernt es einfach nicht. Ja, richtig. Ich muss mit dem mal ne andere Choreo einüben, mit dem Matti 2.0. Erst Milch, dann Müsli, oder erst Müsli, dann Milch? Guck mal, ich habe ein Gehirn. Warum sollte ich dann erst Milch reinmachen? Natürlich erst Müsli, dann Milch. Sonst kannst du auch gar nicht einschätzen, wie viel Milch du brauchst. Case closed. Und jetzt kommen wir nicht mit, ja, aber was, wenn ich die Milch erstmal in der Mikrowelle warm machen will? Puh! Warum willst du warme Milch essen? Ekelhaft, Alter. Buh! Disgusting! Nix da. Milch wird kalt konsumiert. Investierst du viel Zeit in deine Videos? Ja. Jeden Tag 20 Stunden. Kommt noch ne Folge, ich darf nicht schneiden. Ja. Aber warmer Kakao? Ey, wenn du, wenn die Hand mir einen macht, wenn die magische Hand jetzt mit so einem warmem Kakao hierhin kommt, dann trinke ich den. Aber nur, wenn das geht. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, der Trick ist zu anspruchsvoll. Da habe ich noch nicht genug geübt für. Ich finde tatsächlich auch Jonas' Frage sehr gut. Danke, Junda. Einfach nur danke. Ja. Hast du deine Idee zu einem Buch schon weiter gedacht? Ja, so ein bisschen. Also es ist jetzt kein neuer Gedankengang dazu gekommen. Eigentlich muss ich mich einfach nur hinsetzen. Komm, wir fangen direkt an. Hm. Hm. Besser. Hm. Mhm. Warte, ich möchte hier aber kurz skizzieren. Das solltet ihr noch nicht sehen. Ich will es euch gleich zeigen, wenn ich damit fertig bin. Ja. Yeah. Yeah. Aha. Aha. Häuschen. Der. 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 Komm, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Komm, eins in den Chat, wenn ihr den nicht schlecht fandet. Ah, guck, da kommen die Einser. Guck. Also so schlecht fandet ihr den gar nicht. Siehste mal, die Mehrheit fand den ganz okay. In Gedenken an die Zuschauer, die heute das erste Mal eingeschaltet haben. Okay, ich schreibe an den Buchwand anders. Weiter, okay? War die 2.0? Warst du das? Ja. Erwischt. 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 Was ist das denn? Jay has left the chat. Wenn das so ein Trainer zieht. Guck mal, ob der schweckt. Also, Mati 2.0, ich muss sagen, kann es sein, dass du heimlich eine Barista-Ausbildung gemacht hast? Ja, erwischt. Aha, wusste ich's doch. Warte, willst du den nochmal haben? Bitteschön, Mati 2.0, ich weiß nicht ganz, was du dir jetzt vorhast damit. Like to the 90 Kilogramm. Road to 100 K. Okay, ich weiß nicht, was gerade passiert. Mati 2.0 bereitet irgendwie was vor. Oh mein Gott, Mati 2.0? Bist, bist, bist du's? Freddy Eddy raided mit einer Gruppe von fünf Personen. Weißt du, hier ist gerade einfach der Insider vom Insider eines Insiders bezogen auf einen Insider bei einem Insider, der wirklich nur diese Stream-Community kennt. Einfach ein Rate. Ja, herzlich willkommen, liebe Freddy Eddy Achter. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gerade dieses gesunde Abnehmgetränk aus dem Nichts her gezaubert. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Boah, heiß. Uff, Protein-Shake. Ja, das ist ein veganer Protein-Shake auf Reis-Protein-Basis. Wie Nutella-Glas. Das ist Mati 2.0, ein Selbstporträt. Ich trinke seine Hirnmasse. Warte, damit ihr komplett auf den Genuss kommt, ne? Schmeckt ja, Alter, das ist der leckerste Kakao, den ich je getrunken habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles drin ist. Also, ich muss, damit das eine gesunde Abwechslung hat, ich muss mir eh was Gesundes herzaubern. Das geht so nicht anders. Ja, ganz ehrlich. Heavy ist da bei dir. Ihr habt uns erwischt. Es ist Mati 2.0. Japp, erwischt. Gibt es ein Getränk, was du überhaupt nicht leiden kannst? Pfefferminztee. Pfefferminztee musste ich immer trinken, wenn ich krank war. Das war so das Wunder-Heimittel für alles. Und deswegen assoziiere ich Pfefferminztee, glaube ich, mit Übelkeit. Oha, Mati, hast du eine neue Katze? Ja, hab ich. Warum hat Mati 2.0 nur so schöne Nägel? Und der legt da halt Wert drauf nur auf Nagelpflege. Ich träume heute Nacht vom Grinsen, Mati-Klon die Japp erwischt sagen. Für wie dumm hältst du eigentlich deine Community? Man hört doch das, dass das keine Katze, sondern ein Rentier ist. Man, Sebi, lass den Leuten die Illusion. Okay? Kannst du Pino mal zeigen? Also, wenn du ein richtig treuer, aufmerksamer Zuschauer wärst, da hättest du Pino auch schon mal gesehen. In einem Stream und in einem Video von mir. Hä, hab ich die Farbe abgemacht? Das geht? Ich hab die Farbe abgemacht. Wie hab ich das denn gemacht? Okay, ich brauch einmal so einen Stift, mit dem ich da drauf schreiben kann. Okay, Achtung. Rising-Stift. Perfekt. Was wollte ich da jetzt drauf schreiben? Achso. So. Ne, warte mal. So ungefähr, ja. Ja. Ich glaub, das ist gut. Um es jetzt in den Worten von Thor zu sagen. Another! Nein, Spaß. Alles gut. Einer reicht. Gott, dann lass uns doch jetzt Ghostrunner zocken. Matti, wo sieht man den Hund? In einer Post-Credit-Scene von einem meiner letzten 5, 6 Videos. Hab jetzt all deine letzten Videos gesehen, wo sieht man da einen Hund? Man hört die nur einmal bellen. Du hast also all meine Videos bis zum Schluss gesehen? Bist du dir da 2000% sicher? Aha! Ah, ja! Aha! Du hast alle Videos geguckt? Ist das so? Ja. Ja, du bist ein Feinchen. Ja. Ja, wir wissen... Kommt dir einfach so ein random Hund gespawnt, keine Ahnung wer das ist. Ich bin nicht sauer auf dich. Versteh mich nicht falsch. Ich bin nicht böse auf dich. Ich bin nur enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass du so ein Lügner bist. Wer ist das? Keine Ahnung. Da war einfach so ein Hund. Ich weiß auch nicht. Der kam einfach und hab mich abgeschleckt als würde er mich kennen. Hahaha! Bum! 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 Bum!